Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Build. Heute wird die Folge sehr kurz sein, denn wir fangen heute an das Haus zu bauen, wo die ganzen Soldaten drinnen schlafen und so. Dazu brauchen wir erstmal eine ordentliche Grundschicht, damit wir aufbauen können. Dieses Haus wird ca. 3 Stockwerke hoch sein, detailliert hier gebaut. Also jetzt mit Stuben von 1 bis weiß ich was, natürlich alle markiert und so. Und dann kommen hier auch noch Treppen und so. Weil hier ist die größte Sorge, dass wir bei einem Bombenangriff herange... also, ja, die größte Sorge hier wäre ein Bombenangriff oder Artillerie. Ja, das wäre eigentlich gar nicht so der Fall, weil man sich im Notfall drin verschanzen könnte, und ja. Und, ja, wir bauen hier auch noch einen Tunnel... so... also, einen Tunnel kann man es nennen. Ja, doch auch. Einen Tunnel, wo dann halt... ähm... ein Bunker ist und sowas alles. Und die in dieses riesige Bunker-System reinkommen. Weil hier die Militäranlage wächst und wächst, sieht man ja, was wir schon alles gebaut haben. Ist jetzt nicht so viel. Aber ist besser als gar nichts. Sind hier Mobs an, schiebst... äh... Hier sind noch alle Waffen. Was mir auch... ah, okay. So. Hier ist noch das. Hier müssen wir auch noch eine Mauer ziehen. Aber nicht jetzt. Hier oben kommt noch ein Turm hin. Wir nutzen dort hinten auch noch die Berge. Es wird hier riesig. Bei hier ist ja jetzt erstmal nur... nur... äh... nur die Fliegerstaffel. Weil... Und hier dürfen nur die Aufklärer starten. Dort hinten... Dürfen dann die Jets und Helis starten. Aber im Notfall, also im Ernstfall, wäre es egal. Da wäre hier eh alles raus. Wir würden hier auch Jets starten. Also an sich jetzt, wenn es nur Übungen sind... Dürfen sie... nicht hier starten. Es sei denn, es wird angeordnet. Und wenn ein Gefechtsalarm ist, müssen sie in 5 Minuten alle angetreten sein. Und wenn nicht, dann... Müssen noch extra lange wach bleiben, während die anderen denn schon schlafen dürfen. Und so eine Übung sind unangekündigt. Aber hier haben wir jetzt schon ein bisschen was an Holz zugekloppt. So. Ach so, Mama. Dann bräuchten wir noch irgendwie einen gescheiten Eingang. So. Ah. So, sieht mittig aus. Gut. So. 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 Also wenn hier jetzt Alarm wäre, würde hier direkt alles kampfbereit machen können, dann hätte man die Maschinengewehre angestellt und das ist, denke ich, doch schon mal gut. Dann kommt hier die, wie heißt es denn nochmal, ähm, lag schon, kommt das Zimmer vom Generaloberst. Oder jedenfalls den Chef. Obwohl man das Zimmer hätte auch direkt kampfbereit machen können, im Ernstfall. Das ist nicht das Problem. So. Natürlich müssen hier auch Türen und alles eingebaut werden. Dann kümmern wir uns hier mal um den Tisch. Na Bank. Ohne besser gesagt den Sitz. So. So. Und da ist ein Vorn, der mal her ist. So. 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 So viel andere Ausrüstung als die normalen Soldaten hat er jetzt auch nicht. So. 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 Diese Folge war etwas kürzer, wenn sie euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Schau!